Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 17.09.2019 Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, wir haben einen neuen Skin und wir haben eine neue Picke, den Kettenspalter und die Rächerin. Wir fangen auf der rechten Seite jetzt mit, immer mit der Ruhe an. Keep cool, keep cool, einfach cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ja, ich finde den ganz okay, kann man auch mal gebrauchen, vor allem in dem Spiel, aber da bringt das dann auch manchmal nichts mehr, wenn man dann total am Ragen ist. Ja, der Teil kriegt von mir 7 von 10 und hat hier ein Voting von 3,25 von 5 bei 4 Votes, am 31. August 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 Mal seitdem 261 Reminders, das letzte Mal im Shop von 5 Votes. 27 Tage vor 27 Tagen, Schnorkel Ops, Schnorkel Ops von 1200 V-Bucks, Kopf über den Kampf, kann ich nicht viel mit anfangen, kriegt von mir 4 von 10. Und hat hier ein Voting von 4 Votes. Und hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 2,8 Spurz am 19. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 820 Mal seitdem 144,5 Mal im Shop vor 57 Tagen am 22. Juli. So, nein, geschmeidige Moves, 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 für 800 V-Bucks, kriegt von mir auch 10 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,59 von 5 bei 104 Votes, am 1. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 15 Mal seitdem 274 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen am 15. August 2019. Dann haben wir den Waffenexperten, Munitions Expert, kann ich auch nicht so viel gespielt, wie wir anfangen, kriegt auch von mir nur 4 von 10. Für 1200 V-Bucks, der Munitions Expert hat hier ein Voting von 3,6 von 5 bei 3,9 Votes. Am 7. November 2017 das erste Mal drin gewesen, 39 Mal seitdem 53 Reminders, letztes Mal im Shop vor 20 Tagen. Und dann haben wir den ewigen Nullpunkt. Ich finde, das Teil sieht ziemlich strange aus für 500 V-Bucks. Ja, kriegt von mir ein 8 von 9 von 10. Eternal Zero, Eternal Zero hat hier ein Voting von 4,25 von 5 bei 16 Votes. 25 August 2019, das ist mal drin gewesen, dreimal seitdem 35 Spielmann, das ist jetzt mal im Shop vor 22 Tagen. Spielzeugtruper, völliger Humbug hier mit diesen Flecken, damit soll es besser gesehen werden. Warum hat die Bundeswehr oder auch jede andere Armee der Welt Fleck tarn? Leute, denkt doch mal mit, also damit wird das Ding doch nicht besser gesehen. Da hätten die Flecken viel, viel krasser sein müssen als das bisschen. Das hilft doch eher noch bei der Tarnung. Also hier ganz kurz, ich finde den seitdem nicht mehr so cool wie damals. Kriegt von mir jetzt noch 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 5 Votes. 3,5 von 5 bei 30 Votes. Am 27. August 2019, das ist mal drin, bis 4 Mal seit dem 8. 6 Mal seitdem, das ist jetzt mal im Shop von 29 Tagen. Da haben wir hier dieses grüne Plastik. Plastik-Patrouille für Achtung der V-Bucks. Auch hier genauso, 7 von 10, brauche ich nichts mehr großartig zu sagen. Meine Meinung habe ich dazu geäußert. Das Teil kriegt von mir jetzt ein Voting von 2,96 von 5 bei 23 Votes. Am 27. Juni 2019, das ist erstmal drin. Wir sind 4 Mal seit dem 1 für Treminders. Ja, da sind wir auch schon hier durch mit den Sets. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Kettenspalter. Ja, da haben wir ein asiatisches Zeichen drauf, was auch immer das bedeutet. Hier ist so ein Teufel mit drauf. Ja. Ein Gürtel. Hier oben die Nieten, da ist ein Gürtel mit drum gebunden. Da eine Kette hier noch. Ja, ich finde, sieht nicht so schlecht aus. Kriegt von mir 7 von 10. Der Kettenspalter, wie hört der sich denn an? By the way, auch die ACDC-Picke jetzt momentan gesperrt. Warum? Weil sie zu viel Schaden irgendwie gemacht hat. Keine Ahnung, da ist ein Bug im Spiel gewesen. Da hat man dann immer so die 50 Schaden mit der Picke gemacht. So, hier haben wir 1 von 5 bei einem Vote momentan. Und dann gehen wir hier hin zu der Rächerin. Und die, finde ich, sieht irgendwie spannend aus. Hat hier auch diese kleinen Dämonen-Fratzen da an ihren Zöpfen dran. Das wünscht man sich manchmal bei anderen Leuten. Hier, der Rucksack sieht eigentlich ganz cool aus. Da ein japanisches oder chinesisches Zeichen auf der Seite drauf. Ja, Rächerin finde ich ganz nice. Kriegt von mir 7 von 10. Gucken wir mal, ob der Payback inzwischen schon eine Benotung hat. Bis jetzt noch nichts. Neun Reminders. Jo, Leute, wenn es euch gefallen hat, dass wir mit dem Daumen da oben da schreien. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Ich glaube, ich muss ja noch eine Benotung für den Shop abgeben. Ich muss noch eine Benotung für den Shop abgeben. Das machen wir jetzt mal hier. Wir haben 106 Lovitz, 806 Hübschitz mehr und 1003 Hades. Das ist diesmal ziemlich ausgeglichen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, wie stehe ich denn überhaupt zu dem Shop? Also wir haben hier dieses neue, die neuen Items finde ich eigentlich ganz cool. Billy Bounce, mega geil, Smooth Moves, mega geil, ewiger Nullpunkt, ziemlich cool. Gut, Snorkel, Snorkel Ops und so weiter, wo der Experte. Ja, das ist hier auf der Seite, ist eigentlich mehr Richtung Love It, aber die zwei finde ich nicht so toll. Ja, ich würde mal sagen, von mir kriegt der Teil in Love It. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut jetzt nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, den man gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.